Hallo zusammen, wir sind hier heute in der Schweiz, genauer gesagt in Kreuzlingen, nahe der deutschen Grenze und treffen uns mit den Alumni Nils Hafner sowie Götz und Matze. Wir sind jetzt nur noch im Amt und wollen uns noch mal kurz bei euch vorstellen. Ich bin der Simon aus Köln. Ich bin Tatjana aus Stuttgart. Und ich bin Marc aus Hannover. Wir haben dieses Jahr etwas ganz, ganz Spannendes für euch. Und zwar wird in den nächsten Tagen unser NV-Blog online gehen. Hier findet ihr alle Informationen zu uns, unserem Amt und unserer Arbeit. Ihr findet den Blog unter www.marketing-leben.de Ja, könnt ihr euch schon mal vormerken, die Adresse und gelegentlich mal drauf schauen. Und ansonsten sehen wir uns in Leipzig wieder auf der Geschäftsstellenversammlung vom 7. bis 10. November. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.